Clips auf der Timeline, also Videoclips, Fotos oder auch Musikclips können Sie mit der linken Maustaste doppelt klicken und Sie gelangen in den sogenannten Effekte-Editor. Sie sehen, es geht ein Fenster auf, in dem der aktuelle Clip geladen wird. In der Mitte sehen Sie groß den Clip, den Sie auch abspielen können oder zum Beispiel über diese Playline eine Position in dieser Videosequenz suchen können. Am oberen Rand gibt es unterschiedliche Kategorien, um zum Beispiel einen Eingangseffekt, also einen Überblendeffekt hinzufügen oder am Schluss eine Ausgangsüberblendung. Zudem haben Sie im Register Effekte unterschiedliche Möglichkeiten, das Video zu beeinflussen oder zu korrigieren. In dem Moment, wo Sie auf einen dieser Kategorien klicken, sehen Sie hier unten unterschiedliche Effekte und wenn Sie mit der Maus einfach drüber fahren, sehen Sie direkt schon im Vorschaufenster, eine ungefähre Ansicht oder Voransicht, wie dieser Clip dann später aussehen kann. Hier haben Sie zum Beispiel Effekte, die den Clip zerschlagen oder drehen oder Bild in Bild anzeigen lassen und so weiter. Es gibt aber auch andere Effekte, die Sie verwenden können, um zum Beispiel einfach die Farben zu korrigieren, wie ich das jetzt hier einmal tue, indem ich einfach mit der Maus über diese einzelnen Farbkorrekturen fahre. Sie sehen auch schon das Resultat und wenn ich jetzt zum Beispiel einmal einen dieser Effekte auswähle, dann habe ich hier auf der rechten Seite weitere Einstellungsmöglichkeiten, um diesen Effekt zu beeinflussen, also zum Beispiel die Stärke einer Korrektur zu beeinflussen und so weiter. Auf der linken Seite haben Sie auch noch Einstellungen, entweder für das Video, was Sie hier sehen, also alle diese Einstellungen können jetzt das Video beeinflussen dieses Clips und wenn ich auf Audio klicke, dann erhalte ich weitere Einstellungen oder Effekte, die eben auf das Audio angewendet werden können. Sie sehen auch hier die Wellenlinie, die eben die Lautstärke dieses Clips wiedergibt, für den linken und den rechten Kanal. Hier unten links sehen Sie auch eine kleine Voransicht des Videos, also wenn Sie jetzt hier im Film etwa eine andere Position suchen, dass Sie hier analog dazu auch das Video sehen. Wenn Sie mit Veränderungen eines Clips einverstanden sind, dann können Sie den Effekte-Editor einfach über OK beenden und Sie sehen jetzt am oberen Rand dieses Clips diese horizontale Linie und diese bedeutet eben, dass im Effekte-Editor einen Effekt auf diesen Clip hinzugefügt wurde. Wenn Sie jetzt mit der Maus auf diesen horizontalen Strich fahren, dann geht dieses FX-Symbol auf und Sie können nun mit der rechten Maustaste diesen Effekt zum Beispiel kopieren oder löschen oder eben wieder bearbeiten diesen Sepia-Effekt oder auch einzelne Effekte löschen oder aber auch einen Effekt, zum Beispiel diesen Sepia-Effekt in der Bibliothek suchen. Diese Funktion erhalten Sie, wenn Sie mit der rechten Maustaste auf diese Linie klicken. Nur dann sehen Sie dieses Menü.